Musik 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 spiel tritt sie rode und mit dem zweiten versuch und die führung für den hamburger sein dritte saison zu sein zweites gegen den schont von hesen schaltet schnell nutzt die verwirrung eck lange planke let's stop 1 0 für den hsv 50 minuten das erste bundesliga tor für jordan let's stop ja ja was beschäftigen sich die karlsruhe auch so lange mit dem einwurf so nutzt eck die konzentrationsschweche und dann ist sie da die blanke hohe stören des bulgaren jordan let's go noch einmal jordan Beşiktaş. Beşiktaş. Bu dakikalarda daha etkili. Mehmet ortalıyor. Ceza sahası içinde. Lechkov vuruyor. Ve top. Bir kez daha anlara gidiyor. Polis sahibi Lechkov. 40. Dakika. İşte Bulgar futbolcunun. Beşiktaş hata Serdar. Ceza sahası içerisinde tehlike. Lechkov ortada. Lechkov hata doğru geliyor. Lechkov. Boşkonele gol. Lechkov. Ve Üttü. Beşiktaş herhalde. Beşiktaş herhalde. Beşiktaş'ın hata Mehmet. Buna başarına. Geza sahasına. Lechkov ne atingi on. Lechkov neşiktaş'ın strapiintage portapır. Gol. Atenciyon peligroso el ataque. Bulgaria. Leiko Balmarkov. Gol. 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 O Lechkov!! O Lechkov. Gol. 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 Ja, Jördann ist noch so weit. Lechkov versucht sich zu verabschieden. Lechkov ist auf Lechkov. Und das ist 1-0 für Bvlgarien. Die Minute ist 12 oder 13. Die nächste Minute ist die Minute. Der Laufkraft ist auf Stoichkov. Er hat vor allem Zeitpunkt für die Zeitpunkt für die Zeitpunkt für Jördann Lechkov. Und hier weiß man, wie es passiert, wie es passiert ist. Und wo die Zeitpunkt für Jördann такая. Also hier weiß man, wie es passiert, und hier weiß man es ist. Die Zeitpunkt für die Zeitpunkt für Jördann Lechkov, Die Zeitpunkt für Jördann Lechkov. Die Zeitpunkt für die Zeitpunkt für die Zeitpunkt Thee Zeitpunkt für die Zeitpunkt für die Zeitpunkt Also hierlingt ein bisschen nach. Und wir lesen. Und die Zeitpunkt für die Zeitpunkt und die Zeitpunkt der Zeitpunkt sind schon richtig. Vielen Dank.